Hallo, ich bin's Kim Lian und heute habe ich ein Fashion Follow Me Around für dich. Aber eins muss ich vorweg noch sagen, tausend Dank für dieses grandiose Feedback, für den Werbespot, der jetzt schon in Deutschland mit mir läuft. Alter, ist das komisch zu sagen. Also der Spot läuft vielleicht seit 24 Stunden im Fernsehen und ich habe schon unfassbar viele Bilder und Nachrichten gekriegt, allein unter dem Video, das ich zum Making-of des Werbespots gedreht habe. Das ist mein letztes Video, das verlinke ich dir in der Endcard und in der Infobox nochmal. Ich wollte einfach nur Danke sagen, weil mich das sehr überrascht hat, dass mich so viele erstens mal sehen im Fernsehen und dann halt auch noch mir da schreiben. Also voll cool mit diesem Hashtag Kim im TV ist schon sehr viel eingetrudelt bei mir und ich schaue echt, dass ich immer alles irgendwie zurückschreibe und so. Mega cool, danke einfach, das wollte ich nur gesagt haben. Und jetzt aber zum Nachmittags Follow Me Around in dem Outfit. Das Ganze ist ein Outfit für einen besonderen Anlass, nicht ganz so leger, weil ich hatte eine Graduation zu feiern. Das Ganze ist ein Outfit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.